Nachdenkseiten Die kritische Website USA entführen venezolanische Präsidentenmaschine Was sagt die Bundesregierung? Von Florian Warwick Am 2. September haben US-Behörden mit Verweis auf angebliche Sanktionsverstöße und Misswirtschaft das Flugzeug des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro, dem Äquivalent zur US-amerikanischen Air Force One oder dem deutschen Regierungsflieger bei einem Zwischenstopp in einem Drittland der Dominikanischen Republik gekapert und in die USA fliegen lassen Die unilateral und ohne UN-Mandat verhangenen US-Sanktionen gelten allgemein als ebenso völkerrechtswidrig wie deren extraterritoriale Anwendung Die Nachdenkseiten wollten vor diesem Hintergrund wissen, wie die Bundesregierung diesen Akt der de facto Luftpiraterie bewertet Some exclusive live pictures that we're showing you right now of the seized plane belonging to Venezuelan leader Nicolas Maduro Maduro, we should note, is not on board, but the plane was seized by officials for violating US sanctions CNN's Kylie Atwood joins me now Kylie, this is pretty extraordinary This does not happen, obviously, every day where US authorities go in and seize the plane of a head of state But that is essentially what's happened this morning Can you break this down for us? Yeah, exactly So the plane of Nicolas Maduro, the president of Venezuela, is now in the hands of the United States US-Behörden haben am 2. September die Maschine des venezolanischen Präsidenten beim Zwischenstopp der Dominikanischen Republik gekapert und in die USA geflogen Frau Deschauer, da würde mich interessieren, steht denn für die Bundesregierung dies Vorgehen des US-Partners im Einklang mit dem geltenden Völkerrecht? Also Herr Warwick, da würde ich Ihnen in dem Fall mich noch einmal kundig machen, ob der Informationsstand, den Sie jetzt hier mit uns teilen, derjenige ist, den wir auch zur Verfügung stehen haben und dann gegebenenfalls auf Sie zukommen Das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dass es für Sie ein völlig normaler Vorgang ist, dass die USA das Flugzeug eines ausländischen Staatschefs in einem Drittland aufbringen und in die USA entführen? Also Herr Warwick, Ihre zweite Wortmeldung bin halt lauter Aussagen, die ich von dieser Regierungsbank von niemandem gehört habe, von mir auch nicht sondern ich habe Ihnen gesagt, dass ich den Erkenntnisstand, weil ich nicht jeden einzelnen Erkenntnisstand direkt zur Hand habe, nachrecherchieren werde und gegebenenfalls dann auch die Einschätzung mit Ihnen teilen werde Nichts mehr und nichts weniger. Und damit müssen Sie sich jetzt begnügen, da die Situation, da die Sitzung jetzt hier gleich zu Ende ist, besteht auch die Gelegenheit nicht mehr, dass die Kollegen, die hier fleißig zuschauen, noch mir etwas nachliefern Die Begründung der US-Regierung Bei der von US-Behörden am vergangenen Sonntag gekaperten venezolanischen Präsidentenmaschine handelt es sich um eine Dessio Falcon 900 EX des französischen Flugzeugherstellers Dessu en Vion und wurde laut Informationen des US-Fernsehsenders CNN, welcher zuerst über den Fall berichtet hatte, für Maduros internationale Reisen genutzt Ein US-Beamter erklärte gegenüber CNN auch das Ziel dieser aus völkerrechtlicher Perspektive höchst fragwürdigen Aktion. Zitat Das ist eine Botschaft bis ganz nach oben. Die Beschlagnahmung des Flugzeugs eines ausländischen Staatschefs ist unüblich. Wir senden hier eine klare Botschaft, dass niemand über dem Gesetz steht. Niemand steht außerhalb der Reichweite der US-Sanktionen. Zitat Ende Damit spielte der Beamte auf die von den USA gegen Venezuela verhangenen einseitigen Wirtschaftssanktionen und deren extraterritoriale, also weltweite Anwendung an In einer später veröffentlichten schriftlichen Stellungnahme erklärte US-Justizminister Merrick Garland, die Maschine sei angeblich illegal von einer Scheinfirma für 13 Millionen Dollar gekauft und aus den Vereinigten Staaten geschmuggelt worden, zur Verwendung durch Nicolas Maduro und seinen Kumpanen Dies würde unter anderem gegen die im Zuge der Sanktionen verhängten Exportverbote verstoßen Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der Vereinigten Staaten, United States National Security Council, begründete die Beschlagnahmung des venezolanischen Regierungsfliegers wiederum wie folgt Die Beschlagnahmung des Flugzeugs ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass Maduro weiterhin die Konsequenzen aus seiner Misswirtschaft in Venezuela zu spüren bekommt Venezuela spricht von Piraterie Die Reaktion aus Caracas ließ nicht lange auf sich warten In einer Stellungnahme des venezolanischen Außenministeriums heißt es Die Bolivarische Republik Venezuela prangert gegenüber der internationalen Gemeinschaft an, dass die Behörden der Vereinigten Staaten von Amerika in einer kriminellen Praxis, die nur als Piraterie bezeichnet werden kann, ein Flugzeug des Präsidenten der Republik illegal beschlagnahmt haben Und dies mit den Zwangsmaßnahmen begründen, die sie einseitig und illegal in der ganzen Welt verhängen USA halten wenig von diplomatischer Immunität ihrer politischen Gegner Der seit Jahrhunderten etablierte Status der diplomatischen Immunität in den internationalen Beziehungen und praktiziertes Völkergewohnheitsrecht, welches selbst in Fällen von Kriegshandlungen noch Anwendung findet, schert die USA, zumindest im Umgang mit Venezuela, grundsätzlich wenig Ein ähnlich eklatanter Fall wie jetzt mit dem Präsidentenjet ereignete sich im Juni 2020 Zitat Zitat Ende Auswärtiges Amt weiß angeblich von nichts Es reicht sich vorzustellen, wie anders die Reaktion in der Bundespressekonferenz ausgefallen wäre, wenn Russland mit ähnlicher Argumentation die Air Force One oder eine Maschine der deutschen Flugbereitschaft bei einem Zwischenstopp in einem Drittland aufgebracht und nach Moskau geflogen hätte Die Begründung des United States National Security Council die Beschlagnahmung der venezolanischen Präsidentenmaschine sei wegen Maduros Misswirtschaft erfolgt, wäre bei konsequenter Umsetzung ja auch fast als Drohung an die Ampelregierung in Berlin zu verstehen Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören Und wenn Sie mögen gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte